So, liebe Leute, häufig werde ich gefragt, was bedeutet Top 20? Top 20 ist ein Ranking der besten 20 Routen von der gesamten Anlage. Und ich sage, wir haben 500 Routen hier, die besten 20, die über www.tickboard.de von euch Kunden generiert wird. Und momentan ist die Linie, wo steht die Linie, die Linie, die Linie, 24 gelb, die Top 1 Routen, warum auch immer. Es sind vielleicht diese neuartigen Griffe, die gut ankommen, vielleicht ist es aber auch die Routen an sich, vielleicht ist es aber auch der dicke Arm. Denn, ich würde jetzt mal sagen, bis zum Gelben ist es normales Klettern, bis zum Rumschieben, bis zum Drüberschieben übers Beinchen. Und dann geht plötzlich technisch der Punk ab. Und wenn man das verliest, gibt es einen unheimlich dicken Arm. Aber es ist siebter Grad. Oh, ich.